Europa ist für mich wie eine große Schulklasse, in der jeder einen anderen Charakter hat. Europa ist für mich wie eine große Familie, die zusammenhält und sich in der anderen Charakter hat. Europa ist für mich wie eine große Familie, die zusammenhält und sich in der anderen Charakter hat. Europa ist für mich wie ein vielfältiger Kontinent, der sich gegenseitig unterstützt. Europa ist für mich wie ein vielfältiger Kontinent, der sich gegenseitig unterstützt. Europa bedeutet für mich Zusammenhalt und Frieden.